Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update-Video. Die letzten zwei Tage gingen leider nichts, weil ich kein Internet hatte. Heute früh endlich wieder Internet da für Videos drehen. Also deswegen sorry für die letzten zwei, drei Tage, dass es so ruhig war. Ich konnte einfach kein Video aufnehmen und das Datenvolumen am Handy hat leider auch nicht mehr gereicht. Aber jetzt zu den wichtigen Themen. Bitcoin momentan bei 68.600 US-Dollar. Wir haben letzte Woche, das habe ich ja nochmal so einen kleinen Update hier in der Gruppe nochmal mit reingeschrieben, dass wir nochmal ins Golden Pocket gegangen sind. Von da aus sollte es eigentlich dann mal unter unsere Range hier runtergehen, unter die 67.000 US-Dollar. Wir sind aber nicht runtergekommen. Wir haben hier weiterhin dicken Support gefunden und versuchen uns jetzt hier wieder an den oberen oder an das obere alte Golden Pocket. Ob wir diesen Preisbereich erreichen, wie wir uns jetzt weiter fortbewegen können, beziehungsweise wie wir uns jetzt auch weiter mit den Trades beschäftigen können, Long- und Short-Trade sind ja im Endeffekt beide noch offen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem natürlich auch Ethereum auf die Stockmärkte, Gold und natürlich auf den Forex-Markt. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, wo ihr auch momentan ordentlich Boni abgreifen könnt, kann ich euch weiterhin nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort findet ihr alles, was wir hier auch in dem Video besprechen, könnt ihr dort auch traden. Ihr kriegt ordentlich Boni und Auszahlen, Einzahlen, alles Bombe. Also schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr eine Börse sucht. Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 68.650 US-Dollar. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, das war der Plan von letzter Woche, dass wir hier in das Golden Pocket reingehen. Das heißt, jeder, der hier nochmal einen Short aufgemacht hat, wir hatten hier oben schon einen Short auf, jeder, der noch keinen Short Entry drin hat, deswegen habe ich es ja in dieses kleine Update noch reingeschrieben, hätte dann hier nochmal Short gehen können. Alle Take Profits auch erreicht. Und seitdem sehen wir hier einfach nur eine Side-Tracks-Phase. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal diesen Weg weg. Es hat sich grundlegend an dem gesamten Markt eigentlich nichts geändert. Wenn wir uns mal ganz kurz auf den Daily Chart das Ganze angucken, wir befinden uns weiterhin seit Monaten oder beziehungsweise hier seit Ende Februar Anfang März in dieser Range. Und ich vermute, das könnte auch die Range sein, über der wir uns den Sommer über hinweg bewegen. Ricky hat es gestern schon mal in die Gruppe so einen kleinen Zyklus reingepostet, wie es über den Sommer weitergehen könnte. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es jetzt im Juni, Juli und August erstmal so weitergeht, dass wir uns in dieser Range weiterhin drin bewegen. Beziehungsweise wenn wir vorher nochmal ausbrechen sollten, und mit vorher ausbrechen meine ich hier locker über diese 71.000 bis 72.000 US-Dollar-Marke, dass wir uns dann hier drüber ein bisschen lang konsolidieren, bevor wir dann erst ein richtiges Breakout nach oben hin sehen. Ansonsten hat sich übergeordnet nichts getan, auch auf dem 4-Stunden-Timeframe. Wenn wir uns das mal angucken, versuchen wir in dieser übergeordneten Range derzeit eher so, auch so eine kleinere Seitwärtsphase zu finden. Den Downtrend können wir uns auch erstmal wegmachen. Wir haben weiterhin die Long-Position offen, die ihr jetzt aber auf mal Stop-Loss-Entry machen solltet. Die war hier unten drin in diesem Preisbereich, haben wir ja gesagt, okay, hier unten wird die Long reingemacht, bei 67.500 US-Dollar als Stop-Loss-Entry. Ansonsten, was hat sich sonst noch getan? Eigentlich überhaupt nichts. Wenn wir uns jetzt mal das Fit-Level ziehen, von unserem Top bis zu unserem jetzigen Tief, sehen wir, okay, wir haben nochmal Luft hier oben bis 70.000 US-Dollar. Problematisch an der ganzen Sache ist, wir waren hier oben schon mal im Golden Pocket, und wurden hier abverkauft. Das war ja natürlich unsere erste Short-Position. Die zweite Short-Position, wer drin ist, wie gesagt, war das kleinere Golden Pocket. Ansonsten ist das aber weiterhin unsere direkte Anlauflinie. Sollten wir jetzt hier über diese Hochsmart rüberkommen, das heißt hier über die 68.870 US-Dollar-Marke mit einem 4-Stunden-Close, ist das nächste Ziel hier wieder, einfach die 69.8 bis ungefähr 70.500 US-Dollar, werden wir hier wieder zurück abgewiesen, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir hier nochmal runtergehen in den Preisbereich von 63.000 US-Dollar. Warum die 63.000 US-Dollar? Ihr seht schon hier unten, das ist unsere grüne Zone. Das ist auch ungefähr eigentlich mein technisches Preisziel. Sollten wir jetzt hier oben nicht ausgestoppt werden, gehe ich weiterhin eher davon aus, dass wir hier nochmal in den Preisbereich von knapp 63.500 US-Dollar runterfallen, weil wir hier noch diesen steileren Anstieg haben. Vom Volumentechnischen, naja, haben wir in den letzten Tagen sowieso sehr, sehr wenig Volumen, trotzdem in diesem Preisbereich steiler Anstieg. Und was wir hier auch noch haben, sind auch noch die Vector-Candles, die es hier auch theoretisch noch abzuholen gilt. Also das heißt, Ineffizienz, steiler Anstieg, Volumen, naja, aber dafür haben wir hier noch einige Vector-Candles, die es noch abzuholen gibt und wo auch der Sinn dahinter wäre, nochmal diesen Preisbereich hier anzulaufen. Ansonsten, wenn wir uns dann mal das größere Golden Pocket angucken, das heißt, wir machen das jetzt mal weg, das habt ihr ja jetzt im Kopf, schauen wir uns jetzt mal von unserem Tief bis zu unserem derzeitigen Top das an und da sehen wir auch, okay, es würde sehr, sehr gut passen, hier auch ungefähr mit dem Golden Pocket, was wir hier unten drin haben. Einerseits, wie gesagt, die Ineffizienz, die Vector-Candles und dann auch das Golden Pocket, also dieser Preisbereich hier unten wäre nochmal dafür da, um eine größere Long-Position aufzubauen oder natürlich auch, um nochmal BTC ordentlich einzukaufen. Wobei man auch dazu sagen musste, wir hatten es gestern in der Gruppe das Thema, ich akkumuliere weiterhin Bitcoin, die Sparpläne laufen weiterhin, für mich aber die großen Zonen, habe ich schon des Öfteren gesagt, sie liegen einfach hier auf jeden Fall bei 50k, 56k und 61k. Alles darunter können wir uns Gedanken machen, wenn es dann mal so weit ist. Ja, gehen wir rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus? Hier hat sich auch überhaupt nichts getan. Ich warte immer noch hier für einen möglichen Short auf unser Doppeltop, auch hier zu letzter Woche überhaupt keine Bewegung. Seitwärtsphase, wir haben hier unten noch diesen Wig, den es meiner Meinung nach auf jeden Fall noch zu füllen gibt, aber es spricht eher einiges dafür, dass wir hier vorher nochmal hochgehen, bevor wir dann nochmal die 3200 oder 3180 US-Dollar-Marke fischen. Früher oder später wird das der Fall sein. So, gehen wir rüber zu Gold, was hat sich da getan? Ich warte immer noch auf den Long-Einstieg, aber ihr seht, wir befinden uns nur noch ein paar Dollar davor, also wir sind momentan bei 2322, Entry 2315 mit Stop-Loss 2274, also auch hier zu letzter Woche überhaupt keine Änderung. Und ich glaube, ich werde mich hier wiederholen und wiederholen, wir haben jetzt einfach Sommerphase, wir haben Juni, es wird ruhiger werden, möglicherweise noch ruhiger. Ihr könnt euch vielleicht letztes Jahr, August oder Juli war das, wo wir tagelang eine Range hatten von ein paar hundert Dollar. So schlimm wird es vielleicht jetzt noch nicht, aber wir bereiten uns so langsam auf diese Phase möglicherweise vor. Gleichzeitig, was wir hier auch noch haben, wir haben höhere Hochs im RSI, dafür aber tiefere Tiefs im Chart. Das heißt, auch hier spricht eher einiges dafür, dass wir hier im Laufe des Tages dann endlich mal unsere Long-Position kriegen. Und vom Verlauf habe ich ja auch schon dazu gesagt, 2400 Dollar wäre so das technische Preisziel in Richtung Golden Pocket. Ja, dann Euro gegenüber US-Dollar. Hier muss ich ehrlicherweise sagen, kotze ich noch ein bisschen von letzter Woche, dass wir hier den Entry um 0,001 US-Dollar verpasst haben. Aber gut, wir haben danach nochmal eine Recovery gesehen, sehen wir hier ganz gut. Aber auch hier sind wir noch nicht in die Box reingekommen, trotzdem die Box bleibt das A und O. Für mich von der Analyse her auch mit diesem Dump, den wir hier hatten, der hätte sich ordentlich gelohnt, wenn wir uns das mal angucken, waren das hier ungefähr 1%, wo es nach unten hingegang, das gleiche Spiel wieder nach oben hin. Da hätten wir hier wiederum in dieser Ineffizienz plus in dieser Demand-Zone, also Support-Zone, die wir hätten, schöne Long aufbauen können. Aber gut, ist halt jetzt so, wir müssen jetzt warten, bis wir hier oben in meiner Box drin sind, damit wir hier den Short-Entry machen können. Das heißt, wir stehen kurz vor Gold-Entry, kurz vor Euro gegenüber US-Dollar-Entry. Und jetzt schauen wir noch, last but not least, zum S&P 500, wie es da aussieht. Überhaupt nichts Spannendes, muss man ehrlicherweise sagen, auch hier eher Seitwärtsphase. Freitag gab es hier auch nochmal eine kleinere Erholung, aber ist jetzt nichts wirklich Bedeutendes. Jetzt würde mich aber um eure Meinung interessieren, was sagt ihr diese Woche? Bullish, bearish, absolut seitwärts, seid ihr Long, seid ihr Short? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, war es das für das heutige Update-Video. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder, mit hoffentlich mehr Bewegung. Ansonsten schönen erfolgreichen Start in die Woche. Und ja, wie immer, lasst es euch gut gehen und stay quick.